Hallo, hier ist Marco und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft-SKV Und heute will ich uns... Moment Ich bin so froh, dass man ausschalten kann Ich bin so froh, dass man ausschalten kann Ich brauche es nicht Ich brauche es, ehrlich gesagt Null Ich habe es noch nie benutzt Keine einzige Folge, also kein einziges Video holt Ich habe es nie gebraucht Es ist unnötig Sorry, Minecraft-SKV, aber das ist ihm unnötig, sehr unnötig Ähm, es gibt ja einfach neun diese neuen Texture-Pack, wo man auch irgendwie so abgenutzte Werkdrücke machen kann Ähm, sowieso von Specs, aber... Ich weiß, dass es die gibt, aber... Ich bin auch immer ohne Texture-Pack, natürlich ist die wichtig, dass ich das cool finde Texture-Pack, nein Ich bin ohne Texture-Pack Ähm... Also ich habe ja mit 5000 Texture-Pack drin Aber... Das ist irgendwie alles... Ich benutze hier alles ähnlich Was ich auch nicht mal rausmacht Die ist auf jeden Fall irgendwie so ein Windschiff, ne? Ich habe das gebraucht... Oh dunkel... Ich habe es bekommen, ob etwas Geld... Ich kann mal Phosphor fahren... It's so good, I need the Jettie, won't I? I need the Jettie. I need the Jettie, won't I? Am Samstag gibt es dann wohl die letzte Folge meiner Fisurie erstmal Ich will gleich mal neun spielen, wenn die Leute rausgekommen sind, dann von Neuskirchen, bis zum Morgen Und dann werde ich mir schlechter zugegeben Geht gut, einfach zu gönnert, nicht ihr e-mailt noch mal den Samstag Da bin ich mal von Mut vor oder so, aber ich brauche dich auch mal am Samstag Und dann gucken wir mal in Laune Dann... So ist... Ich finde es irgendwie cooles... ich finde es irgendwie cool, wenn... Creative Mode... ... mit Ambos... ähm... ... operiert und weiter gemacht Das hat Ambos dann nicht abgegeben, das ist irgendwie unnötig Blöd, 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 blöd Okay, ich gehe jetzt kurz in den Key-Mod 1 ... auf Mimpa... ... fahren wir uns vielleicht hören ... aus dem Key-Mod 1 ... und... Frostbook 2 Und ähm, was wollen wir noch... ein bisschen hier durch Protection... auf jeden Fall. Ich muss noch nicht... Feather Fallen... Ich muss noch nicht... Spiration... Five Flaky... Deathstrike... Ich hab mich schon mal gemacht... Gute... ja... Sehr schön... Ich werde das jetzt in Crater Board machen... Mal... und ich weiß... Und die brauchen dafür... und äh, was auch... Unbreaking werden wahrscheinlich... Ach, verdammt... Ach, verdammt... Sieht immer... Okay... Unbreaking... Ups... Lass mal überall ins Unbreaking drauf... Wieso... Oh... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Danke... So, und jetzt machen wir uns was brauchen... Okay, erst Protection kommt... Protection... 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 Und schon mal rein... Protection... Danke... Dann... Ähm... Ich gehe ganz kurz auf Deutsch... Ich... Ich habe jetzt auf... Ich habe umgeschaltet... Und ich gehe ganz kurz auf Deutsch... Komm, 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 komm... Ich höre... Jetzt sehe ich noch einen Auszeiger... Ähm... ... als Abilität... ... als Abilfen... ... als Woche und... ... als Etmung... Ich... So... Ich weiß... Ich... ...wis habe es einfach auf Englischwitz... ...wür so viel besser ist... Gut... Ähm, Aquafiniti? Wird man wieder aufkommen? Ja, ich muss noch was aufhören. Ja, ich muss noch mal da... Naja, Frosforker, ich bin schwul. Spreschen? War für... Schuhe, ne? Ja, ich kann auch... Nö, ich hab euch gespürst, oder? Danke. Okay, jetzt kann man noch was für... Es geht doch nicht auf uns. Oh, schon fern. Ähm... Jetzt hab ich auch noch OP-Rüstung. Das freut mich jetzt, wieder plieg auf Namo aus. Ich brauch dich gern. Ok, deswegen hab ich auch OP-Verzaubert, mit Eifelkeit und... ...wird glücklich. Jetzt komm ich auch noch auf... Dingens machen, ne? Schwer... Einfach. Ich weiß nicht, wie viel mir ist Frostwalking so lustig. Ich bin einfach so lustig. Frostwalker. Ich weiß auch nicht, ob die Bettrennermin passiert ist, aber auch so fehlstellt. Tropo, so süß. Hm. Ich weiß nicht. Komisch. Ja, komisch. Mach mal irgendwo ein Gewässer. So hab ich Frostwalking, wenn du kein Gewässer hängst. Ja, gut. Vielleicht ist das Flut von da noch ein bisschen schräg. Und schon, hier können wir mal wieder laufen. The King. Nehmen wir mal den Waterwalking-Mod. Dass die vielleicht auch alles zusammenbrechen werden. Okay. Ich kann jetzt gleich noch drüber laufen. Ich kann jetzt mal aufruppierrüstung. Und... ... ... ... ... ... ... ...